Die Fahndung Broken Wings Die gute Eva herankommen Wir werden hier nochmal ein bisschen die Munition auffüllen Sudele Und dann denke ich Hier im Studio Ah, da sind wir noch gar nicht Da ist noch ein kleines Stück zu gehen, so wie es aussieht Aber wir müssten jetzt bald da sein Wups, wir gehen mal hier rüber In Deckung Ja, da werden wir da drüben Das Geschütz hinstellen Und Ja, jetzt überlege ich gerade Nicht, dass wir uns dann wieder hier Ärger einhandeln Dann legen wir mal los So, da werden bestimmt einige rauskommen Ne, auf der anderen Seite Oh, da kommt einer Der traut sich Oh, da kommen sie, wusste ich es doch Da kommen noch mehr Das war klar Okay, okay, okay Oh ja, da drüben kommt einer Oh, Scheibe leer Da ist leer Der ist leer So, jetzt werden da hinten welche kommen Vermute ich mal Ah, die kommen da unten raus Ah, hinter uns versucht es einer Und da oben ist auch einer Wo wollte der Der jetzt hinspringen Nee, glaube ich nicht Nee, geht gerade nicht So, da wird ja hoffentlich keiner hinter mir rauskommen Da oben sind welche Okay Oha Da müssen wir ein bisschen aufpassen Da müssen wir wieder etwas aufpassen Wieder nicht zu wild hier in der Gegend rum Oha Der Kollege hier mit seiner Schroti Ja, ja, wer wird denn So böse Worte in den Mund nehmen Ja, okay Hilft nix So, was ist denn mit unserem Geschütz? Ist da wieder hinter mir einer? Dankeschön So, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wir nehmen unser Geschütz Nee, das ist schon im Cooldown Und auch die Drohne ist im Cooldown Das hört sich irgendwie nicht cool an Das hört sich nicht cool an Das hört sich nicht Ähm, nein So, ich glaube wir müssen nach oben Ja, wir sind jetzt gleich da Da, wo es abgeht Ach du Schande Immer ganz gefährlich hier, ne? Immer ganz gefährlich So, wir werfen einfach da was hin Und dann müsste er es ja finden Hoffe ich doch Und unter Feuer nehmen So Jetzt sind wir, glaube ich, da Jetzt sind wir da Jetzt werfen wir mal einen kurzen Blick rein Okay, da sind die Kollegen Was springt da rum und macht Krach? Das Ziel neutralisieren So, habt ihr euch die Waffe geschnappt? So, da oben springt jetzt einer rum Aha So, dann gehen wir mal nach oben Oben ist einfach am besten In der Hoffnung Ach du Schande Also gut Dann schmeißen wir das Ding da hin So Er hier muss weg Der macht mir Stress Ach, da hinten ist einer Oje, oje Den müssen wir weg machen Okay Da ist der Lieutenant Ach shit Die kommt da lang Ups, ups Ja, da gehen wir nach unten Da gehen wir nach unten Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Hier mal in Deckung Ein bisschen Reparieren Ein bisschen heilen So Okay All das Teilchen da Macht uns ein bisschen Stress, ne? Ja Ja, ja Da hat er es gemerkt Dann versuchen wir es nochmal von oben Ich habe so den Eindruck Oh, da liegt einer Okay Oh, keine Munition mehr Ah Da hat er so eine Panzerfaust oder sowas ähnliches Oh Oha Oha Was ist passiert? Hey Agent, danke für die Rettung Wally bringt mich jetzt wohl zurück zum Schloss Ich sehe sie dann dort Seltsam Sie schien nicht verletzt und hatte keine Angst vor denen Die Black Tasks haben das Viewpoint-Gebäude erobert Wahrscheinlich wegen der Sendeanlagen Wir müssen sie von dort vertreiben Okay Also das heißt, wir sind wieder nicht durch Okay Wir sind also noch nicht durch Okay Okay So, aber wir werden erstmal hier ein bisschen einsammeln Was wir noch mitnehmen können Okay So, was haben wir da noch? Haben wir da noch irgendwo was? Nein, da haben wir nichts mehr Okay Also, das finde ich jetzt wieder interessant Augenblick mal Wir schauen mal Also, die wollen auf jeden Fall noch die Sendeanlagen Auf der anderen Seite Siedlung Äh, hier unten Da ist auf jeden Fall Nebeneinsatz Treffen Sie sich mit Eva und besprechen Sie die Ereignisse Da dürften wir auf jeden Fall Das dürfte wohl sehr interessant werden Gut Aber wir müssen jetzt erstmal da hoch Kontrolle über Viewpoint übernehmen Das heißt, dass es diese Geschichte wieder höchstwahrscheinlich Mit irgendwelchen Gerätschaften und Schutz und Palabern wieder was ausschießen Zugang erhalten Augenblick mal, Augenblick mal Gibt es da jetzt einen anderen Weg? Das war doch früher immer hier dieser Aufzug, oder? Zugang zu Viewpoint Äh, ich bin jetzt gerade wieder etwas verwirrt Das heißt, dann wird es mir irgendwie einen anderen Weg geben Hier lang Nee, das ging doch immer über Den Aufzug So, wir könnten eigentlich auch mal irgendwo ein bisschen aufmunitionieren Also da Hm Müssen wir zuerst mit ihr reden Und dann Viewpoint? Oder wie sieht es aus? Aber ich sehe das so Dass wir zuerst Ja, ich habe den Verdacht Wir müssen, glaube ich, doch zuerst zu Eva Ja, weil die Tür hier geht nicht auf Und wir müssten eigentlich hier mit dem Aufzug nach oben Okay Ja Sieht auch wirklich so aus Als sollten wir erst hier rüber Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe So, da hinten scheint sie zu stecken Okay Okay, was jetzt zuerst? Funksprüche freischalten Schön, wieder zu Hause zu sein Danke, dass Sie mir geholfen haben Das mussten Sie nicht Tja, ich hoffe, wir sehen uns mal Und hören Sie sich meine Show an Wir haben alle unsere Jobs Und meine ist ziemlich cool Ja So weit, so gut Hier gibt es jede Menge Zeug zu benutzen Okay Okay Okay, 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 okay Das ist aber eigentlich nicht das Was wir jetzt machen müssen, glaube ich Wir schauen nochmal ins Menü Fahndung Also wir haben auf jeden Fall Eva gerettet So wie es aussieht Aber meine Frage ist Müssen wir jetzt da noch was machen oder nicht? Kommen wir jetzt da? So, wo war es denn? Haupteinsatz Viewpoint Museum Ich würde sagen Wir gehen da nochmal hin Und schauen uns das Ganze nochmal an Ob da jetzt irgendwas noch zu tun ist oder nicht Ja, das sieht jetzt so aus Jetzt sind wir wieder von ganz von vorne anfangen Ach du Schande Okay Okay, okay Das sieht jetzt aber gar nicht so berauschend aus Okay, okay So, wie sieht es jetzt aus? Zugang zum Viewpoint erhalten. Gehört es jetzt noch dazu oder gehört es jetzt nicht dazu? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sieht es so aus, als wenn das eine eigene Mission nochmal wäre, das komplette Programm nochmal von vorne, vor allen Dingen hier lustigerweise mitnimmt, mit Luftunterstützung der Black Task. Puh, puh, puh. Spannend, spannend, spannend. So, wie sieht es aus? Müssen wir das ganze Ding ja nochmal mitmachen? Kommt hier nochmal ein Flieger? So, jetzt scheint es aber, okay, interagieren. Alles klar. Aha. Sichern Sie das Gebäude und alle Aufklärungsdaten, die Sie finden. Aha. Aha. Äh. Okay, da müssen wir rein, oder? Das ist ja völlig, oder? Ja. Okay, leicht modifiziert. Feindliche Drohner! Okay, das ist gut hier. Genau. Oh, genau,инорош. Aha. Ah shit. bits, die sind hier noch nicht hier. Okay, kindergarten war jemand hier noch nicht hier Laufen. Da her So, wo kommt der hoch? Wo kommt der hoch? Ach so, was ist es wieder? So, irgendwo da unten lungert noch einer. Okay, da unten ist noch einer. Hat sich erledigt. Okay. Spannend, spannend, spannend. Da müssen wir also doch noch hier eine kleine Mission machen, die wohl dazu gehört. So sieht es wohl aus. Produktionsstudio erreichen. Okay. In der Nähe befindet sich ein Computer der Black Tasks. Finden Sie ihn und bergen Sie alle Daten. Hm. Okay. 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 So, da gehen wir mal auf die linke Seite. Ich habe das Gefühl, das wäre besser. Okay, dann da hin. So, jetzt kommen sie da oben nochmal runter. Oh ja, der Kollege gefällt mir jetzt schon wieder gar nicht. Oh ja, der Kollege gefällt mir. So, ich glaube, den Kollegen, der meint es dann wirklich ein bisschen ernst. Der Sidewalk Johnson. So, wo haben wir denn die Daten? Dahinten anscheinend irgendwo. Jetzt kommen wir wieder hier nicht rum. Geschütz aufnehmen. Sehr schön. Wo sind die Daten? Na klar, hier. So, jetzt müssen wir wieder das Produktionsstudio erreichen. Und das aber, Freunde, werden wir in der nächsten Folge machen. Wir stellen uns schon mal da vor die Tür. Denn wir müssen auf jeden Fall... ... Das dachte ich mir, dass sie es darauf abgesehen haben. Aber nicht mit uns. Jedenfalls noch nicht in dieser Folge. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wieder mal für The Division 2. Hier, wir spielen Broken Wings. Die Fahndung. Und interessanterweise müssen wir jetzt, nachdem wir die Eva oder Eva gerettet haben, nochmal zurück zum Viewpoint Museum. Und müssen schauen, dass wir das Produktionsstudio erreichen. Aber das werden wir in der nächsten Folge. Da bin ich mir sicher. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir The Division 2 auf meinem Kanal spielen. Danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao, cheerio. Euer Badenfama.